der dann ein können wir gucken ob wir das direkt bekommen ist jetzt nicht da aber egal immer rein und raus rein und raus bis hier dann ja bis dann pokalspiel ist und als erster platz dann zustands t glaube ich erscheint jetzt nicht sicher dann das gewinnen aber zustands t dann noch mal ein pokalspiel machen dann kommt man halt auch aus t und das dann das nächste und dann kommt man hat das siegel also jetzt nicht so kompliziert möchte ich meinen sie runter geht's zu einer geheimen höhle geheim in anführungsstrichen so geheim ist die gar nicht und zwar die vergessene grotte ich glaube ja ist das hier ja da gibt es auch eine bestia drinnen where are we the faith is inside as are the fiends hey this where hmm where what the summoner i Ich habe mich in meinem ersten Pilgrimage gehalten. Ich habe hier sterben. Yuna, los geht's. Die Hoffnung ist der Zeit. Ja, ich kann euch aber nur sagen, dass die Monster in dieser Hülle ziemlich, da bin ich gar nicht rein, ziemlich stark sind. Und das machen wir aber erst nach. Der, ja, eigentlich zum Schluss machen wir das. Machen wir jetzt noch nicht. Dieser Ort hier, in dem Sir Yukon trainierte, ist für die Bürgerwehr heilig. Bevor Sir Yukon zum Medium wurde, war er ermittlicht der Bürgerwehr. Oh, ich hab's noch nicht mehr. Oh, was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob wir Wackers Einkaufsthema zeigen können. Neue Extanse hat das nicht. Oh. Zu Lenni. Ich komme aber bestimmt gleich zu. Nicht zu mir. Hier geht es immer was. Ah, guck mal hier. Ein altes Schwert halten. Ja, mit dem alten Schwert können wir Orans Solaris-Waffe bekommen. Ähm. Ähm. Ja. Take that! Also das alte Schmett brauchen wir auf jeden Fall. Ist ganz wichtig. Gut, aber wir wollen es ja nicht weiter aufhalten. Machen wir alles später. Jetzt gehen wir aber auf jeden Fall zum Berg. Oh ja! Was sind wir jetzt? so ja in der vergissenden Höhle können wir auch wieder Monster fangen war ja irgendwie klar oder aber das machen wir auch weil das viel viel später so sometimes Yuna would just stare off into the distance I finally understood why she was saying goodbye to the places she'd never see again und nun Berg Gagazet und dann zu Nuin von Sendergant aber wir sind jetzt immer auf dem Berg die Heimat von Kimari die Heimat von Kimari so we die die jungen und die hier in Gagazette ist Ronso Land, Mäufe von Yevon. Die Mäufe wird nicht beharrt die Städte von Infidevs. Der Krieg von Yevon ist der Krieg von Ronso! Gehe, traurige! Gehe, traurige Yevon. Ich... ich folge den Tempel nicht mehr. Dann werden Sie sterben, mit diesen Worten. So ist es. Yevon hat die Sprache verraten und uns alle verraten. Nichts, aber ein paar Lohdown-Tricksters, ey? Ja, ja! Ja, ja! Wir haben keine Regierungen. Blasphemers! Ein Summoner und ihre Guardian. Herr Kalk-Ronso, wenn ich bitte. Sie haben Sie auch nicht auf Bevel gezwungen? Aber trotzdem, Sie behörten Gagazette als ein Ronso, nicht ein Meister. Yuna ist ähnlich. Sie sind die gleiche. Herr Kalk-Ronso, Sie werden sie verraten. Aber trotzdem, du würdest du kämpfen? Verlust zu dem Tempel? Verlust von den Menschen, aber du fortschstest? Alles verlust! Für was du kämpfst du? Ich kämpf für Spira. Die Menschen für die Ruhe. Ich kann es ihnen geben. Es ist alles, was ich geben kann. Verlust die Schmerzen, enden die Schmerzen. Das kann ich machen. Auch sich selbst verlust. Die Schmerzen, die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Die Schmerzen. decade, wer von Ronce´s nicht bezweig Saul, wird sogar im Vorsten gegen Strecker absp hurry toimFA. L Auchona sore, wir playen uns zu Would für Sie. Jetzt gehen wir an! Die Sanfte Stärke der Gageseppe Ich räusche duch. Wir bedanken dir. Für diejenigen, die wirklich glauben, in die Sprache. Ein Zeitpunkt mit viel Schmerz kommt. Eunice hat sich stärker. stärker, oder? Ich würde sagen, es ist mehr so, dass sie sie schützt, nicht wahr? Das ist warum sie schützt. Sie ist immer noch schützt. Wenn die Menschen schützt, sie können nicht weit gehen, bevor sie schützt. Sie ist immer noch schützt, weil sie stark ist. Meine Knochen ist schützt. Zanarkin ist auf der anderen Seite. Ja? Du bist nach Hause, oder? Wie wenn du mir glaubst. Vielleicht ich. Der andere Seite hier ist wahrscheinlich nur ein Pfeil, oder? Ja? Aber irgendwo da draußen ist dein Zanarkin. Irgendwo, ja? Ja, du bist nach Hause schnell genug. Ich hoffe, dass du richtig bist. Ja, schützt dich. Lass uns das. Du denkst noch etwas? Hm. Hm. Okay. Ich hoffe, wir müssen sie nicht kämpfen. Kimari muss kämpfen. Kimari muss gewinnen. Okay. Es ist nur ein bisschen weiter. Gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Ja! Ich bin ein Pfeil noch, was. Oh! Ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Pfeil. Ich bin ein Pfeil. Kimari, schade, Ranzo, brothers. Kimari, forget his birth. Forget his people, forget his mountain, little Ranzo, we glean Ranzo. Mountain hate the weak, hate the small. If you will climb, then I must prove my strength. Think you will win? You not forget who took your horn. Never forget. Kimari never beat brother Biron, never wins. This time I win. I will win. Why you... Is this some kind of Ranzo thing? Kimari problem. Hmm. Okay. Okay. Oh, die beiden sind immer gemein. Okay, okay. Okay. Ich verstehe schon. Aber wir sollten erstmal nur einbesiegen. Weak Ranzo should know their place. Oh, shit. Man. You're gonna have to go away. Okay, I'll go back to field. Okay, bye. user Sounds sweet. Okay, I'll go back. Wir dürfen nicht zusammenstehen. Wir dürfen nicht zusammenstehen. Wir dürfen nicht zusammenstehen irgendwie. Überhaupt nicht nett, die beiden. Böse Runders. Oh. 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 Still. Zum Glück zieht das nicht so viel ab. Hm, der 3-0 passt. Cool. Und cool. Oh, der liegt. Oh, shit. Das ist die Tobsucht hier. Holy shit. Das ist ein Elixier. Scheiß drauf. Alter, der war doch schade. Häufig. Oh, der ist auch im Tobsuchtzustand. Und kontrolliert immer stark. Wenn ich nicht irgendwas, was das heilt. Zum mir im Fluch. Ein Heilmittel? Ist das nicht? Doch, da. Ich bin nicht mehr wütend. Ja, der braucht das wieder. Ich bin nicht mehr wütend. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Fuck you. So. Okay, wir wollen mal tickeln. Ach, wir schafft. You win, Kimari Ranzo.